Hey, mein Name ist Tom und das ist TomTor. Heute geht es um den Fahrrad vs. Traktor-Vergleich, das und mehr nach dem Intro. Wir sind heute wieder in Ampelwang mit der KTM Freeride 250 und der Husqvarna 450. Neben mir sitzt noch der Darkstone, der seine Expertise zu den Motorrädern auslassen wird, weil ich werde diese Noob-Passage nehmen und die einfachen Dinge machen, was ein Anfänger checkt und er wird dann so ein bisschen mehr ins Detail geben. Aber ich hätte mir gesagt, Lukas, du stellst dich jetzt einfach mal vor, wer du bist überhaupt, weil dich kennt ja noch keiner am Kanal, deswegen erzähl mir was. Ja, also ich bin der Dexter und Servus. Ich mache halt auch schon Enduro-Videos, aber im kleineren Stil wie der Tom und freue mich, dass ich einfach dabei sein darf und ein bisschen meine professionelle Hobby-Meinung, sage ich jetzt einmal, abgeben darf zu dem Ganzen und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, dann fange ich einfach mal an mit der Husqvarna 450 FE und da mal ein interessanter Fakt, ich habe dich vorher gefragt, was der Motor von der Husqvarna 450 wiegt. Was hast du gesagt? 40 Kilo habe ich mir geschätzt. Und der Motor laut Husqvarna-Beschreibung wiegt 29,7 Kilo, was ich extrem krank finde, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir so, was? 450 Kubik in 29 Kilo? Schon irgendwie hardcore krank. Ja, ansonsten hat das Motorrad ein einzelner Viertaktmotor mit 494,9 Kubik und das Gewicht von dem Motorrad beträgt gerade mal 108 Kilogramm. Also eigentlich schon ein sehr leichtes Motorrad mit sehr, sehr viel Power. Und ich muss ehrlich sagen, das ist auch so mal ein Motorrad, was ich als allererstes gefahren bin und was ich heute nach den ganzen Zweitakt dann wieder gefahren bin. Am Anfang tat ich mir echt ein bisschen schwer, wieder von diesem Zweitakt-Lifestyle auf Viertakt umzusteigen. Aber jetzt zum Schluss muss ich ehrlich sagen, hat mir die 450 wieder richtig gut gefallen. Und vor allem dieses Traktor-Feeling, böse gesagt, ist einfach geil. Weil egal welchen Gang ich war, ich habe einfach am Gas anziehen können und bin aus dem Hang rausgekommen, bin aus der Gadschlacke rausgekommen, habe überall Aussehen fahren können, ohne dass ich mich groß verbiegen haben müssen oder irgendwie komplizierte Problematiken gehabt habe. Also das war eigentlich ziemlich cool. Ja, wie waren deine ersten Experiences mit der 450? Also die 450 muss ich mal klar sagen, es sind zwei komplett verschiedene Motorräder, aber es hat jedes seine Stärken und Schwächen. Aber auf jeden Fall auf die Geraden und auf jeden Fall auf die einfachen Sachen, wo man ordentlich Druck machen kann, da zahlt sich der Hubraum und die Leistung, das wirkt schon ordentlich. Also es geht ordentlich nach vorne und ja, gerade am Anfang muss man schauen, dass man da wirklich auch oben bleibt und nicht überfordert ist mit der Leistung. Aber wenn man das Ganze ein wenig, so über den Tags immer ein wenig steigert, bekommt man das Ganze auch sicher in den Griff und macht auf jeden Fall auch Spaß, wenn man das Ganze dosieren kann natürlich. Wir sind ja dann auch mehrmals die gleiche Runde gefahren und dadurch war es dann einfach für uns erleichter, das zu dosieren, die ganze Thematik. Dann machen wir mal die ersten Expertisen zur KTM Freeride 250 2018, ist es in diesem Fall. Und die hat einen einzelnen Viertaktenmotor mit 294 Kubik. Das Gewicht bei dem Motorrad wird gerade mal 98,5 Kilogramm. Oh, Spaß, das Ding wiegt 100, 100 Kilo. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Aber es ist wirklich so, dieses Motorrad ist extrem, extrem leicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so gut klargekommen mit dem Motorrad. Ich hatte das Problem, was ich eben von 450 auf 250 immer hatte, war das Ruckeln. Die 450 ruckelt wenig im ersten und im zweiten Gang. Die 250 hingegen ruckelt extrem im zweiten Gang, wenn du sehr langsam unterwegs bist. Und ich bin Enduroanfänger, ich fahre nicht wirklich schnell, wie man heute gesehen hat. Und da war es halt wirklich so, dass man sagen muss, ja, war so mehr oder weniger okay für mich. Aber, ja, es ist einfach ein angenehmes Heben von dem Motorrad. Du hast es wirklich überall über jedes Hindernis im Notfall drüberheben können, weil es einfach wirklich so leicht war. Und der Vorderreifen auch sofort in die Höhe geht, wo du einfach wirklich, also du kannst dich spielen damit. Und der Vorderreifen ist in der Höhe und du kannst dir halt über Hindernis überwinden. Auch ideal als Laie. Also wahrscheinlich für viele Leute, die sehr viel auf Technik gehen, wird die 250 das Praktischere sein. Aber das haben wir heute zu wenig, glaube ich, gemacht, dass wir da jetzt wirklich die Vorteile von der 250 rausholen können. Aber ich bin gespannt, was du davon hältst. Ja, also wie wir schon gesagt haben, das ist auch nicht. Das ist ein bisschen ein schwereres Downhill-Bike quasi. Also es fühlt sich zumindest so an. Das andere im Vergleich ist eher ein Traktor dazu. Und so schlägt sich das auch vom Fahrverhalten auf jeden Fall nieder. Mit der Freeride bist du natürlich viel wendiger unterwegs. Und ich habe ein paar Mal umdreht und bin auch ein wenig durchs Wurzelholz gefahren damit. Und man merkt, um ihn dann zu suchen, der noch irgendwo mit dem Traktor gesteckt ist oder so in die Richtung. Nein, auf jeden Fall. Es ist, wie man schon sagt, man kann sich das wirklich so vorstellen, Spielzeit gegen Traktor. Also die Freeride, die schmeißt du herum mit der rauf, runter, umdrehen und wieder zurück. Es geht viel, einfach viel aktiver. Aber man muss ja dazu sagen, man muss das Ganze auch viel aktiver fahren, dass man die Vorteile davon nutzen kann. Weil wenn man das können, sage ich mal, oder das Talent nicht hat und das nicht wirklich ausspülen kann, den Vorteil, ist man gerade als Anfänger, glaube ich, mit dem Traktor mindestens genauso gut unterwegs. Ja, und da kommen wir auch zum Sprichwort Traktor, glaube ich, wieder ganz gut zurück. Denn für mich war heute ein Faktor wichtig. Ich wollte heute mit dem Darkstone und mit meinem Kameram, den David, Links zu beiden ist übrigens unten immer in der Beschreibung drin. Also checkt die mal aus, folgt denen mal. Beim David ist nur der Instagram, der wo Zoom draufsteht. Geil, David? Da kommt bald was. Und der Lukas macht eh schon ziemlich lange Videos. Und da findet es ganz viel Enduro-spaßige Sachen. Besonders, dass man mit dem Gatsch den anderen die ganze Zeit auf die Pappen legt. Das ist mein Lieblingsvideo von dir. Ja, aber kommen wir weiter zum Traktor. Nämlich beim Tra... Macht es nicht so einen Lärm da draußen, Hirst? Beim Traktor muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt zwischen den zwei entscheiden würde, wäre es definitiv die 450 geworden. Weil es für mich einfach am Anfang, der sich viel auf das Thema, okay, Angst, Angst, ich muss da langfahren, ich muss dem nachkommen oder so, geht, dann möchte ich einfach die Power wissen und haben, dass ich da hinterher komme. Gerade als Anfänger finde ich jetzt gerade aktuell die 450 besser. Auch wenn mich jeder Enduro-Fahrer vielleicht schlagen wird. Meine persönliche Erfahrung heute war definitiv, die 450 war für mich angenehmer. Welche würde ich mitnehmen, das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Entscheidung. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit beidern zu fahren. Wie gesagt, das sind zwei ganz verschiedene Typen. Die eine natürlich die Husky zum Schnellfahren und zum brachialen Werken, auf jeden Fall empfehlenswert. Aber für so Spielereien ist auch die Variante Freeride oder generell die Freeride generell denkbar. Und ja, also ich kann mir, ich tue mir sehr schwer mit der Entscheidung. Aber nachdem ich schon zwei Freerides zu Hause habe, würde ich wahrscheinlich die Husky mitnehmen. Ja, ich hoffe, euch hat der Lukas hier im Video bereichert und nicht nur meine Stimme gehört, sondern auch mal mit dem anderen hier auf dem Kanal. Ist ja ein Einfluss, das ist sogar primär. Ich glaube, es hat noch nie wer vor der Kamera... Nein, doch, der Jules. Der Jules war davor. Der Jules war auch davor. Sonst hat noch keiner recht vor der Kamera bei mir gesprochen. Deswegen Darkstone, ich glaube, ist eine ganz gute harmonierende Kooperation, einfach aus dem Grund, er ist der Profi mehr oder minder. Ich bin halt dieser Noob, ja, der Hobby... Er hat erfahrener Hobby. Aha, ja, genau. Und der halt einfach das mitbringt, was ich noch nicht mitbringe. Und das ist einfach das fahrerische Können im Enduro-Bereich. Ja, meine Sache wäre es fertig. Und ich möchte sagen, mein Name ist Tom. Abonnieren nicht vergessen. Haut rein und pfiat euch.